Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity, The White March. So, und wir wollten noch ein paar Gespräche hier in Gräfenrast führen, unter anderem mit Katie dahinten. Ich bin mir sicher, wir haben schon mit ihr gesprochen, aber, naja. Oh, es ist du. Ich bin so glücklich, dass du hier kamst. Ich hoffe, dass ich die Chance habe, dich richtig zu bedanken. Wofür denn? Ich habe es vergessen. Oh, du bist es. Schön, dass du hier bist. Ich hatte gehofft, dir noch ordentlich danken zu können. Sie sagten mir, was passiert. Gott sei Dank, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Sie haben mir erzählt, was geschehen ist. Mögen die Götter dich segnen. Ich verdanke dir mein Leben. Ich weiß, es war törich, hineinzurennen, aber dieser Ring ist alles, was ich von meiner Familie habe. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Hm, was ist denn so besonders an diesem Ring? Sentiment, meistens. Als er hier erst sattelte, hatte mein Großvater eine Ring-Fashion, die aus dem ersten Batch von Orye erzeugt wurde. Er hat nostalgischen Wert. Als mein Großvater sich hier niederließ, ließ er einen Ring fertigen, aus dem ersten Erz, das er abgebaut hatte. Er stand für seinen Neuanfang. Er hat ihn seiner Tochter vererbt und meine Mutter wiederum mir. Und wie geht's dir? Oh, ich mache es. Fenway lässt mich bei ihr wohnen, bis ich wieder auf den Beinen bin. Alle sind sehr nett zu mir. Es war schwer, zu sehen, was hinter dem Haus ist. Aber Rayvald sagt, er wird eine Hütte für mich sehen, als sie die Lüge bekommen. Es war schwer, die Überreste des Hauses zu sehen. Aber Rayvald sagt, er lässt für mich eine Hütte bauen, sobald sie das Holz dafür haben. Ich erinnere mich, das war die erste Person, der wir hier quasi wirklich begegnet sind in Starward. Das war nämlich die Frau, die wir aus dem Feuer gerettet haben. Ja, ist ja schön, sie mal wiederzusehen. Das freut mich gerade wirklich. Ansonsten haben wir hier Nesta noch stehen. Nack, ich dachte, ich hätte Bier bestellt. Sie hat mir wohl versehentlich das Spülwasser gebracht. Sie seufzt. Vielleicht auch absichtlich, man weiß es nicht. Was führt dich denn nach Starward, kleine Orlanerin? Ich vertrete eine Gruppe von Investoren aus Trutzbucht, die ein Handelsabkommen mit Starward schließen möchten. Bevor sie sich aber binden, wollen sie die Stadt bewerten lassen. Um sicherzugehen, dass sie so wohlhabend ist, wie sie behauptet, da komme ich ins Spiel. Sie nimmt einen langen Schluck aus ihrem Humpen. Und wie bewertest du diese Stadt? Es wechseln viele Münzen die Hände. Aber ob das lediglich ein kurzfristiger Aufschwung ist oder eine langfristige Wandlung, wird sich erst noch zeigen müssen. Hm. Hm. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Schon kommen die Investoren um die Ecke und wollen sich hier einen Reibach machen. Aber das ist ja immer so. Wenn irgendwo Profit versprochen wird, dann sind plötzlich alle da. Na gut. Wir gehen trotzdem nochmal in die anderen Häuser von Starward rein. Ich möchte schon noch erfahren, was sie hier eventuell getan hat. Keine sein, dass immer noch ein paar Geschichten mit auftauchen, die wir auf dem Weg, wenn wir schon unterwegs sind, auch mitnehmen können. Was hat denn der gute Ray-Fall eigentlich zu sagen? Wir haben es wirklich gemacht. Ich meine, die Leute haben immer hier durchgekommen. Sie sprechen über die Batterie, die White Forge, all das. Aber ich glaube nicht, dass niemand wirklich es wirklich machen würde. Du hast es wirklich geschafft. Ich meine, es kommen immer wieder Leute her und sagen, sie würden die Batterie öffnen, die Weiße Esse finden und all das. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich jemand schafft. Ich, äh, habe Rennengild gesagt, ich wäre bereit, beim Wiederaufbau der Minen zu helfen, meinen Beitrag leisten. Ich denke, wir können das Dorf retten, nachdem du für die Grundlage gesorgt hast. Ja, das denke ich... Was? N-Nasih. Das ist, was ich über dich liebe. Begeg' deinen Entschuldigung? Du sprichst nicht viel. Hm, ich mag die Teufelin von Karok. Irgendwie sind meistens so mehr oder weniger die bösen Charaktere. Das ist uns ja auch schon damals mit, äh, mit Kaliska widerfahren, die ja auch ein bisschen grob war in dem, was sie so getan hat. Aber das sind meistens die Charaktere, die mir schnell sehr ans Herz wachsen. Gleich, was sie für eine, ja, monströse Hintergrundgeschichte sie haben. Hm, trotzdem sind das meist die Charaktere, ja, die ich am ehesten fast nachvollziehen kann. Kannst du aufhören? Mei. Tschüss. Nee, komm. Die Oma, die uns anschreit, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Vor allen Dingen hatten wir nichts Neues mit ihr zu erzählen. Insofern, ich glaube auch, sie hat gar nicht mitbekommen, was hier los ist. Sie hat die ganze Zeit nur in ihrer Hütte gesessen, hat sie gedacht, was, was passiert hier gerade? Weiße Äste, ich höre nicht richtig. Gut, dann bleibt uns nämlich nur noch der Weg zur Fischerei. Vielleicht können wir da ja noch ein paar Informationen abgreifen, was aus dem Typen geworden ist, den mir hier, der seine Schwester umgebracht hat. Ich vergesse die Namen leider immer so schnell, das ist furchtbar bei mir. Aber das wird sich auch nicht ändern, das ist einfach, ich, Namen, Namensgedächtnis habe ich wie ein Sieb. Das ist einfach, äh, was ist jetzt los? Ah, okay. Ich habe gerade schon befürchtet, das Spiel stürzt ab, aber das hat es nicht getan, zum Glück. Ja, Namensgedächtnis ist bei mir einfach furchtbar. Äh, kannst du mir jetzt einen Namen sagen und morgen habe ich den vergessen. Komm morgen wieder, wenn du etwas kaufen willst. Ich mag keine, ich will doch gar nichts kaufen. Na gut, dann gehen wir eben noch in den Ondra-Tempel und wenn wir im Ondra-Tempel waren, dann bleibt nur noch der Kerl da oben, ähm, Tiersk. Ha, an den Namen kann ich mich erinnern. Das war nämlich der Mann, dessen Sohn wir umgebracht haben. Ich kann mich nur an Dinge erinnern, die böse sind. Das ist furchtbar, es tut mir leid. Du erinnerst mich an einem alten Liefer von mir. Ist es meine violente Urge oder mein Herz mit Brass? Es sind deine Hand. Oh, Esmas waren sehr schön, aber immer so kalt. Sie hat die Mood, wenn du das sagst. Das werde ich jetzt nicht gehört haben. Das ist ja, äh, gut, dass Maneha gewisse Vorlieben hegt. Wir könnten natürlich mal eine Gruppe rein aus Frauen machen, einfach nur, um zu sehen, wen sie alles anbaggert. Aber dass sie jetzt die Teufelin schon anbaggert, und, ja, es ist, äh, ich meine, sie besteht aus Metall. Was, was ist denn hier los? Ebidon-Akolyt? Die haben den Ondra-Tempel einfach umgebaut? Äh, sehe ich das richtig? Oh, komm an, stupide Schmiede! Also, jetzt machst du mich wütend! Sie schlägt ihren Schmiedehammer mit einem lauten Klirren auf die unfertige Klinge. Werde doch gerade, verdammt! Mäßige dich, Maska. Der ältere Pester blickt Maska mahnend an. Verzeihung, Meister, es ist mir einfach herausgerutscht. Sie atmet tief ein und langsam wieder aus. Was stimmt denn mit dem Schwert nicht? Wo soll ich anfangen? Sie deutet auf den rasch abkühlenden Klumpen Eisen auf ihrem Amboss. Zum einen gelingt es mir nicht, das Metall zu formen, so sehr ich mich auch bemühe. Meister Engrim sagt, ich soll mir ein Schwert vorstellen und das tue und tue ich. Ich glaube, am Ende kommt ein Knüppel dabei heraus. Vielleicht ein Streitkolben, wenn ich Glück habe, aber kein Schwert. Wenn meine Arbeit nicht bald besser wird, werfen sie mich aus dem Tempel. Man kann kein Priester sein, wenn man kein guter Schmied ist. Außer du hilfst mir. Maska blickt sich um. Ich bin aber kein Schmied. Oh nein, 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 das meine ich gar nicht. Ich habe einen Blick in Meister Engrims Bücher geworfen. Es gibt ein Ritual, mit dem man einen Schmiedehammer verzaubern kann, sodass er einen zu einem besseren Schmied macht. Ich habe den ersten Teil des Rituals schon abgeschlossen, den Hammer zu schmieden. Leider muss man für die nächsten beiden Teile in den Dürrwald reisen und Meister Engrim lässt mich gewiss nicht so bald fort. Ist es denn nicht unethisch, mit einem magischen Schmiedehammer zu schmieden? Ich will niemanden bloßstellen, ich will nur kompetent erscheinen, weißt du, um mir Zeit zu verschaffen, bis ich tatsächlich kompetent bin. Ich mache lieber weiter, bevor Meister Engrim wütend wird. Warum hast du entschieden, Abedan Akkulüdin zu werden? Alte Familientradition und ich kann sie aufrechterhalten. Sie blickt zornig auf das unfertige Schwert auf ihrem Amboss. Mehr oder weniger? Na gut, ich schließe das Schmiedehammer-Ritual für dich ab. Großartig! Sie reicht dir einen Schmiedehammer. Dieser Hammer ist sogar recht gut geworden. Als erstes musst du zum Abedanschrein auf Burg Schmelztiegel gehen. Sie liegt im Bezug Urfeuer in Trutzbucht. Ich war selbst noch nie dort. Leg den Hammer einfach auf den Schrein und dann wird er gesegnet. Oder vor den Schrein oder irgendwie so halt. Danach musst du den Margranschein in Margrans Gabelung finden. Das liegt nicht weit von Trutzbucht entfernt. Nördlich, glaube ich. Mach bei diesem Schrein wieder dasselbe mit dem Hammer. Und dann komm wieder zu mir. Mhm, das soll so einfach gehen? Ich glaube ja nicht. Dieser glatte Amboss sieht aus, als wäre er kaum je verwendet worden. Und dieser verbogene Brustpanzer ist noch warm von der Esse. Engrim nickt dir zu und lächelt, als er dich erkennt. Ah, der Entzünder der weißen Esse. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast hier Fleiß und Glaube wiederhergestellt. Willkommen in Abedons Tempel. Hm. Was genau tust du hier, Engrim? Ich führe diesen Tempel und leite die Akolyten in spirituellen und weltlichen Dingen an. Er deutet auf die Esse und die Ambosse. Die Anhänger anderer Götter beten oder meditieren. Wir Abedonier ehren unseren Gott durch den Akt des Schmiedens. Unsere Türen stehen immer offen. Unsere Feuer brennen immer. Wie kann ich helfen? Früher war das hier ein Ondra-Tempel. Er neigt den Kopf zur Seite. Früher, als das hier noch ein vergessenes Städtchen war, das im Sterben lag. Aber die Kleriker, die sich darum gekümmert haben, gingen, wie es für ihre Göttin üblich ist. Die Massen, die seitdem nach Starward gekommen sind, haben nach einer praktischeren Gottheit gesucht. Na gut, praktisch hin oder her, ich weiß es nicht. Das vermag ich auch nicht zu beurteilen. Das will ich auch gar nicht beurteilen. Ja, wenn man aus einem Ondra-Schreinplatz... Vor allen Dingen, es waren ja keine Ondra-Priester, die da waren. Das waren ja einfach nur Hochstapler, mehr oder weniger. Also gut, wenn sie hier natürlich... Also, ein Erbidon-Schrein passt natürlich zur Weißen Esse da oben. Insofern, das haben sie natürlich praktisch eingerichtet. Meine Hände seien nicht so wie das. Wow. Oh Gott, sauer, unser alter Drogen-Junkie. Stimmt es wirklich? Ich habe das Licht in der Batterie gesehen. Hast du sie wirklich geöffnet? Der Orlaner schlägt begeistert die Hände zusammen. Ich fasse es nicht. Ich war mir sicher, diesen Weg nie wieder nehmen zu können. Aber wer weiß, welche Seltenheiten aus diesen Hallen kommen werden. Wie aufregend. Denkt auch nur an seinen Profit, der Gute. Und dann bleibt uns hier tatsächlich nur noch Tiersk übrig, mit dem wir einmal reden müssen. Und dann können wir uns schon auf den Weg machen und können... Ähm... Wir mussten in dieses eine neue Gebiet da oben. Ich habe den Namen davon vergessen. Wir hatten es eben von Namen, ne? Tiersk ist der einzige, der mir übrig geblieben ist. Hat nichts zu sagen. Na gut, dann werden wir uns hier auch gar nicht weiter aufhalten, sondern wir werden die neuen Gegenden mal erkunden. Darum sind wir ja hier. Darum spielen wir ja den zweiten Teil von White March. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe jetzt so langsam doch das Gefühl, wir nähern uns dem... Ja, dem finalen Ende des Spiels, wo es dann einfach nichts mehr zu erkunden gibt. Oh, das wäre ein bisschen schade. Nachdem du diesen großen Geheimdiener gelernt hast, ist das, wenn du zurückkommst und die Ketch-Motel töten, oder? Ich suche nur, meine Leute aus dem Ketch-Motel zu liberieren. Oh, sie spielen den langen Spiel, also sie sich nicht erwartet haben. Du bist smarter, als du siehst, Zawa. Ein paar Jahre mehr, und die Ketch-Motel werden von alten Wäldern sterben. Ich verstehe. Anscheinend will sich die gute Teufelin hier wirklich mit jedem anfreunden. Ich unterstütze dieses Bestreben durchaus. Und auch bei der Teufelin würde ich ja sagen, Mensch, du kannst einfach bei uns bleiben, wenn die Sache hier vorbei ist. Du musst nicht zurück... Also ich meine, zurück zu diesem einen Typen kann sie ja sowieso nicht. Wir könnten jetzt zur Eisenfliegelfestung, aber wir gehen erstmal zur Weißsteinsenkel. Die Eisenfliegelfestung sparen wir uns dann auf. Wir müssen auch noch zu Durgans Batterie. Da wurde uns ja gesagt, wir sollen auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil sich da ja so viel getan hat. Und man da auf uns wartet, weil man will uns ja die Fortschritte zeigen. Da bin ich auch gespannt drauf. Vor allen Dingen war ja da irgendwie eine Quest offen, wo gesagt wurde, wir müssen die Kanonen... Geydar, ein Beseeler, ist eingetroffen und bittet um einen Gefangenen, um an ihm Experimente durchzuführen. Kesturik war ein Späher für eine Gruppe von Viehtrack, die in den endlosen Pfaden von Ordnur hausten. Er bat mich, ihn zu töten, doch ich hielt es für besser, ihn im Verlies wegzusperren. Also für Geld schon mal gar nicht. Aber ich sehe hier gerade der Söldnerhauptmann Esmar. Der hat sich ja selber in Gefangenschaft gebracht, damit er seine Leute retten kann. Wir mussten ihn ja gefangen nehmen. Aber ganz ehrlich, den lasse ich jetzt einfach mal frei. So. Hat zwar keinen großen Effekt, wie ich gerade sehe. Ist ein bisschen schade, ich hätte mir zumindest irgendwie so eine Nachricht gewünscht oder sowas. Aber vielleicht kommt ja noch was. Weiß man ja nicht. Gucken wir mal gerade. Oh, die Karte hier ist Weißsteine. Die Karte ist nicht so groß. Hm? Was haben sie gesagt? Glaubst du, diese gekräuselten Symbole heißen irgendwas? Ja, Weißsteinplünderer. Sie werden es nie wieder herausfinden. Ist so meine Vermutung gerade. Ähm. Wo genau sind wir denn hier eigentlich gelandet? Was ist denn das für ein Ort? Ja, jetzt natürlich im Nachhinein die Falle entschärfen. Das macht Sinn. Okay, junger Schneebär und alte Schneebär. Ich kann mich erinnern, auf unserer Falle ausgelöst. Ja, super. Auf unserer ersten Reise, als wir Kaliska gerade verloren hatten, ganz alleine unterwegs waren, da sind wir auch in eine Höhle reingegangen. Da waren dann auch zwei Bären drin. Ui, 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 ui. Oh, oh. Rionas Brustpanzer. Bindet ein Mönch, Paladin und Sänger. Dieser dunkelgrüne, emaillierte Stahlbrustpanzer war das Eigentum von Riona, einer Abenteurerin aus den Valianischen Republiken. Sie fand ihre Berufung darin, mit Expeditionstrupps den Dürrwald zu erforschen. Unter dem Brustpanzer befindet sich ein Kupferner Kettenpanzer als zusätzlicher Schutz. Riona beendete ihre Laufbahn verfrüht, nachdem sie ihren Expeditionstrupp in der Weißmark an einen Drachen verriet, um ihr eigenes Leben zu retten. Plus 3 Intelligenz. Ja, das ist doch genau das Richtige für unseren guten Sauer. Also einen Paladin würde ich jetzt nicht anziehen. Ich glaube, wir haben, obwohl sie hat noch keine... SR 13, was das Ding macht. SR 12. Ja, ja. Okay, was macht das denn sonst noch hier? Schadensreduktion, Brennen, minus 2 Heimlichkeit, 10 Fernkampfangriffe. Hervorragend. Und das Ding hier, das wird ja noch besser, plus 3 Intelligenz. Das wäre natürlich für einen Paladin auch nicht schlecht. Und ganz ehrlich, er sieht ja eigentlich ganz gut aus mit seiner wilden Rüstung. Das passt ganz gut zu ihm. Ich bin mir jetzt so unsicher, wie sieht das denn... Ah, guck mal, die sieht aber... Wow. Damit wird sie aber schick aussehen. Ist ja was, ich binde das an sie. Aber es ist eine mittlere Rüstung. Aber sie ist eigentlich ganz gut. Also wenn wir bedenken... Moment, ich muss noch gerade gucken. Hier, diese Rüstung hier, das war auch eine mittlere Rüstung. Ja, komm weg damit. Dann binden wir jetzt die mittlere Rüstung an sie. Und damit sieht sie dann schick aus. Wow. Und das Ding entwickelt sich noch weiter. Ja, das hat was. Also das hat jetzt gerade wirklich was. Damit sieht sie echt schick aus. Und jetzt mal in der ersten Reihe. Der Mann mit der blauen Rüstung und die Frau mit der grünen Rüstung. Wer will sich uns denn da noch in den Weg stellen, bitteschön? Ja, wahrscheinlich jeder, weil die beiden nämlich gerade an der Treppe hängen geblieben sind und offenbar nicht imstande sind, eine Treppe zu benutzen. Wien geht das? Fuß hoch, Fuß runter. Blümchens. Wir haben so lange keine Blümchen mehr aufgesammelt. Und hier sind noch Pilze, wenn ich das richtig sehe. Brigantenpriester? Was? Achso, okay. Jetzt hat er die Blümchen oben einfach liegen lassen. Toll. Ähm, was hatten die Guten denn dabei? Sie hatten eine Henkerskapuze. Warte, hä? Hä? Äh, bläh, bläh, bläh? Wer braucht denn hier eine Henkerskapuze, bitteschön? Nehmen wir natürlich alles mit. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes, ne? Ist ja der übliche Kram halt. Pilze mitnehmen, Blümchens mitnehmen und dann gucken wir uns hier mal um. Ah, wir dürfen auch mitnehmen. Es ist nicht verboten. Geißel der Natur. Dieser magische Nektar besitzt außerordentliche Kräfte der Heilung und der Stärkung. Ja, kommt in die Truhe, brauchen wir nicht. Heilung und Stärkung. Puh, wir doch nicht. Trank der versperrenden Tür des Todes. Ja, okay. Ich glaube, hier geht es nirgendwo mehr hin. Das heißt, wir gucken uns hier unten nochmal ein bisschen genauer um. Aber hier muss ja das Lager von den Plündern gewesen sein. Das sind erjagte Häschen, wenn ich das richtig sehe. Oder anderes geht hier. Ja, komm, alles weg damit. Ja, wir müssen natürlich jeden Kampf mitnehmen. Da sind ja noch mehr von denen. Was ist denn hier los? Wie viele sind denn hier unterwegs? Soviel dazu. So, kommt alles in die Ruhe. Brauchen wir nicht weiter. Oder was war das? Ach, egal. Oder war das jetzt irgendwas Besonderes, was der da mit hatte? Das sah aus wie eine Kapuze, oder? Wahrscheinlich wieder so eine Henkers-Kapuze oder sowas gewesen. Aber im Grunde nichts, was wir wirklich brauchen könnten. Wenn ich da jetzt richtig von ausgehe, hätte ich mir angucken sollen. War aber nicht mal ein blauer Gegenstand. Und wenn es ein Quest-Gegenstand gewesen wäre, dann hätten wir es gesehen. Ja, ich weiß. Ich sollte nicht so schnell plündern. Eine gewaltige Menge Schnee ist auf die Handelsstraße gefallen und verhindert jedes Durchkommen. So, so. Hier ist also eine Lawine abgegangen. Fetros formelle Schuhe. Plus drei Wissen gibt Trinken, einmal pro Begegnung und plus vier Gewandtheit. Alten, weilianischen Volksmärchen zufolge war Fetro, ein junger Schneider aus einem armen Dorf, der davon träumte, am Magiverno-Ball im kaiserlichen Palast teilzunehmen. Doch obwohl er sich viele edle Kleider genäht hatte, besaß er keine dazu passenden Schuhe, keine Einladung von der kaiserlichen Familie und keinerlei Wissen um höfliche Geflogenheiten. Eines Tages hörte ein gütiger Zauberer seinen Wunsch und schenkte ihm ein paar verzauberte Schuhe. Sie waren formell genug für den Ball und der Zauberer versprach, dass Fetro rechtzeitig alles beschaffen würde, was er brauchte. Fetro nahm den Zauberer beim Wort und ging am Tag des Balls zum Palasttor, in seine besten Kleider und seine neuen Schuhe gekleidet. Die diensthabenden Wachen verlangten Fetros Einladung zu sehen und plötzlich spürte der junge Mann ein Gewicht in seiner Tasche. Er fand darin eine Flasche mit edlem Schnaps, die er den Wachen im Tausch gegen den Einlass zum Ball überreichte. Auf dem Weg zum Ballsaal musste er mit mehreren Vicomtes und Marcesos Konversationen betreiben. Vicetro war sich sicher, dass seine Ignoranz ihn verraten würde. Aber er sprach mit solch einem Wissen um Geschichte und Etikette, dass seine Gastgeber sich beeindruckt zeigten. Sein Vertrauen in die Schuhe des Zauberers wuchs und als er die schönste Frau des Balls sah, forderte er sie zum Tanz auf. Die Schuhe führten seine Füße und seine Zunge und er sprühte so vor Scham, dass er und die junge Princesa vermählt wurden, noch ehe das Jahr vergangen war. Ach, was für eine reizende Geschichte. Wir werden eine gute Verwendung für diese Schuhe finden, da bin ich mir absolut sicher. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Was ist das denn da noch? Dieser blasse, raue Stein sieht anders aus als die übrigen Gesteinsformationen in der Nähe. Ja, das sieht ein bisschen aus wie so ein Meteorit. Kurios. Gut, wir werden uns dem annehmen, aber nicht mehr diese Folge, sondern in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir weitere Söldner niedermachen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem lawinenartigen Tschüss.